Der Mediamarkt expandiert und ist gern groß. Hunderte Leute haben monatelang daran gebaut, dass die neue Tech Village eröffnet wird. Direkt hier im Mediamarkt, im Gern-Groß auf der Maria-Hilfer-Straße. Es gab eine Präsentation, es gab eine Pressekonferenz und es gibt auf jeden Fall einige Zuckerl. Unter anderem hat der österreichweite CEO, also der Chef von Mediamarkt, Aipal Güner, präsentiert, dass es eine Barista-Bar geben wird. Man kann sich also in einem Elektronikfachladen auch einen Kaffee holen. Es gibt Boutiquen von verschiedenen Anbietern, es gibt drei Präsentationsflächen und es gibt natürlich auch einen Umbau-Abverkauf. Also allerlei für die Kunden und Kundinnen, es hat eben auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Es wurde viel umgebaut, man schaut auch, dass ökologischer Strom verwendet wird. Alle Dinge, die sind darauf ausgerichtet, also der Blick nun in die Gegenwart und auch in die Zukunft geht. Wie es konkret weitergeht, nun selbstverständlich. Es gibt weitere Filialen, die umgebaut werden, die würden auch bald eröffnen. Einen acht bis zehn sind es zurzeit in Österreich, für manche ist es noch nicht ganz sicher. Und diese Offensive, die ist auch international ziemlich beachtenswert. Denn diese Tech Village, wie das alles hier genannt wird, die ist erst die dritte ihrer Art weltweit. Die erste befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden, die zweite in Mailand in Italien, Pardon. Und nun also die dritte und auch die größte, die befindet sich direkt hier im Gerngros, und zwar in Wien.